Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine weitere Runde hier von Doom. Und wir gehen in den Fahrstuhl, nachdem wir die Dämonenpräsenz... ...ähm, leicht minimiert haben. Aber wir haben auch einiges an Schaden kassiert. Hallo! Au, da geht's weiter. Wir folgen dieser netten Geisterpräsenz. Jetzt können wir die Aufsätze wechseln. Nach da hinten anscheinend. Aber erstmal... Hm, na gut. Viel Optionen haben wir ja nicht. Drücke Top. Jetzt können wir 3 Schuss damit machen. Ah, mit R können wir die Aufsätze wechseln. Explosionen. Oder 3 Schuss. Wir lassen erstmal 3 Schuss dran. Wir wollen es ja auch mal ausprobieren. Hallo, Bob. Und was hast du für mich? Mein Freund. Eine gelbe Karte. Danke. Tja. Toller Typ. Immer noch Zugang verweigert. Alter. Warum schieß ich eigentlich auf den? Kann ja auch mit seinem eigenen Arm schlagen. Warum schlägst du dich? Warum schlägst du dich? Warum schlägst du dich? Ich finde den... Geiler. Oh, hier waren wir schon. Willkommen zurück. Zugang gestanden. Oh. Ne. Oh. Der kam da raus. Und geht daheim. Okay, da ist Zugang gesperrt. Gucken wir mal, was es hier gibt. Dann werden wir es nicht aufgemacht. Willkommen in der Mars-Station der UAC. Sie befindet sich mit dem Anschlagbecken der Elastiefgebnisse. In dieser Werkbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellte für die Realität nicht nur eine Verpflichtung für die UAC, es ist deine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Oder G-Geduld halten, okay. Okay, so. Gesund sind wir. Ja, okay. Wir müssen hier draufdrücken eindeutig. Aber ich guck mir erstmal noch an, ob es hier noch irgendwas gibt. Sieht nicht danach aus. Wir lassen mal kurz kurz die Waffe ausgewählt. Das haben wir gefunden. Das haben wir gefunden. Oh Gott, und das haben wir alles nicht gefunden. Oh Gott, wir haben richtig viel nicht gefunden. Hier, die Figuren haben wir nicht gefunden. Shit. Komm, wir müssen noch mal gucken, ob wir da noch mal hinkommen. Hallo meine Freunde, hallo, wo bist du? Okay. Okay. Ne, nicht Muni. Okay, die Muni verbraucht sich sehr schnell. Au. 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 Au, 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 au. Oh, okay. Oh, der hat mich umgebracht. Ich dachte, ich wäre nur zurückgepeitscht worden. Ich habe auf den eingeprügelt, aber das Schild hat mich ja... Das... Äh... Ja. Okay. Auch nur ich schon wieder vom letzten Speicherstand. Oh, gut, der ist hier. Okay. 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 Wir versuchen ja mal ein bisschen galanter vorzugehen. Juhu! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Boah! Nice! Was hab ich denn jetzt? Yeah! Das sieht aus wie Colloidable Damage! Ja! Ja! So war's wirklich. Wo seid ihr? Oh! Das ist vorbei. Dafür brauche ich auf jeden Fall mehr. Das hat mich gut gefunden. Okay, so komme ich nicht dahin. Du aber auch nicht runter. Alter! Der verschwindet immer ganz schnell von mir. Boah! Ich hab' mir den Kügel klaut! Wenig Munition. Jawoll! Okay! Hallo mein Freund! Ich weiß wo dein Auto steht. Ich weiß wo dein Auto steht. Das war genau da! Das war genau da! Das war genau da! Habe ich irgendwas übersehen? Oh! Guck mal da oben! Habe ich irgendwas anderes übersehen außer die Rüstung da oben? Guck mal nochmal hier auf die Karte. Nicht, dass ich wieder irgendwelche Figuren übersehen habe. Na, da oben war ich noch nicht. Da komme ich so auch nicht hin anscheinend. Na gut, dann machen wir mal weiter. Munition ist da hinten noch. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Wartet mal. Ich hab' Angst, dass da doch noch eine Figur ist. Ich hab' schon so viele Figuren übersehen jetzt. Weil ich einfach... Naja... Durchgelaufen bin ich ja nicht im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wie komme ich denn jetzt da rauf? Ah, hier! Dachte ich. Das hier scheint das dichteste zu sein. Aber ich weiß nicht, wie man da rüber kommen soll. Das läuft so geil flüssig, das Spiel. Muss man ja mal einfach mal sagen an der Stelle. Wieso hab' ich das Gefühl, hier rüber zu springen wäre eine ganz, ganz schlechte Idee. Ja. Ich hab' keine Ahnung, wie ich da rüber kommen soll. Wahrscheinlich geht das noch gar nicht. Darüber wird's wahrscheinlich auch nicht gehen. Oder? Obwohl... Ah, hier. Könnte man probieren. Darauf und darüber. Das machen wir mal. Oh. Ich dachte, jetzt fall' ich runter. Okay, von der anderen Bewegung her, wie das bis jetzt bei Doom war. Alles super flüssig und hier. Das klappt gar nicht. Ich hab' keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Na gut, dann lassen wir's. Ich will mich jetzt hier nicht stundenlang damit aufbehalten. Versuchen, da hinzukommen und am Ende doch kein Weg zu finden. Aber hier waren wir noch nicht. Hier geh' ich hin. Hehe. Ah. Nee, da will ich nicht runterfallen. Da ist die Map nicht mehr ganz richtig. Okay. Vielleicht kommen wir später dahin. Okay. Okay. Das geht auch nicht. Dann machen wir mal auf. Das geht auch nicht. Na, seht ihr? Wir fahren sogar nach oben. Oh. 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 Ne hankem ich nicht aus. da komme ich nicht durch. Trauriger weise. Hey, mein Freund. Ich brauch' mal deine Hilfe. Ich habe deinen Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Weg am Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Ach so. Erst blockierst du mich in meiner Arbeit und dann soll ich zu dir kommen. Ah, ich verstehe. Das klingt überhaupt nicht nach einer Falle. Nein. Oh, das blinkt ein bisschen. Ich glaube jetzt... Was? Komm hier denn her. Echt mal. Ich dachte, hier wäre sauber. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss wieder nach oben. Aber von da komme ich? Doch. Okay, fahren wir wieder nach oben. Fahrstuhl fahren. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Noch weiter nach oben? Aber wie komme ich noch weiter nach oben? Ja, anscheinend nicht. Ja, wir fahren wieder nach unten. Oh mein Gott. Ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Tschau. Ja. Okay, da kommt gerade den Waggon, den, äh, hm, ne? Nein! Ha, 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 ha! Okay, haben wir jetzt nichts gebracht. Außer einmal hier zu drücken. Sys-Admin-Connecti-, ja genau, ruft die mal an. Wer wird auch nur sagen, neu starten. Oh, hier. Machen wir offline. Oh! Na, na dann. Arm her. Keine Arme, keine Beine, keine Kekse. Liebherr. Du brauchst gar nicht so komisch gucken. Und was haben wir denn hier? Einen kleinen Stick. Oh, wir haben einen davon hier. Guck mal. Wir können unsere Rüstung verbessern. Was haben wir denn hier? Sensor-Sachen, da finden wir Sachen leichter. Granaten, hm, hm, hm. Verstärkter Effekt, okay. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Okay, hm, hm. Ich weiß nicht, wie oft dieser Verstärker, wie man den oft benutzen kann. Aber, wir haben ja auch noch die anderen Sachen hier. Und da klang ja auch nicht so schlecht. Weniger Schaden, wir nehmen mal weniger Schaden. Haben wir die anderen freigeschaltet. Und wir haben ja noch die Waffenverbesserung. Was haben wir denn hier? Okay, wir können diese Rechtsklick-Salve, dass die ein bisschen schneller funktioniert. Feuerrate der Salve, hm. Oh, die Explosivgeschosse, die habe ich ja. Die finde ich übrigens sehr... Achso, das sind die Salven, das was wir freigeschalten. Ah, das ist das andere. Was haben wir denn hier? Noch eine andere Waffe. Ach, ich muss die Drohnen finden, damit ich das... Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir tatsächlich, äh, die Aufladezeit dazwischen. Nice. Ja, und dafür brauchen wir 3-3-3. Hier könnte ich jetzt noch... Das andere mag ich nicht so. Dann bewahre ich mir das lieber dafür auf. Okay, dann laden wir, äh, warten wir noch ein bisschen. Wie könnte ich jetzt hier wieder raus? Ich versuche die ganze Zeit Escape zu drücken. Aber ich hänge hier fest tatsächlich. Hallo? Äh... Ah, okay. An der Stelle hätte ich die Karte gerne gehabt. Das haben wir gefunden. Nice. Bedeutet, hier haben wir auch noch was. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen werden. Was ist denn? Hm. Hm, 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 hm. Okay, hier ist nix. Von hier bin ich gekommen. Hohohoho. W Shoah. Huh? Was haben wir denn hier? Ein Geheimnis gefunden. Nice, ein Plasma-Gewehr. Hehe. So fing das an Spaß zu machen. Hallo? Hier bin ich. Wo bist du denn? Ach, hier waren wir doch schon mal. Ich nehme aber erstmal jetzt die Schrot. Obwohl, wir können auch mal das Plasma wieder ausprobieren. Okay, ich glaube, so weit zurück müssen wir jetzt tatsächlich nicht. Ja, nur die Besten, so was. Lass mich rein. Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben, fragen Sie. Ah, alles klar. Achso, das ist das hier. Äh, ja. Warum ich jetzt hier lang laufe? Weil das komische Monsterloch hier reingelaufen ist. Und hier versuche ich zu folgen. Ich bin ein bisschen... ...irritiert. Vielleicht möchte ich da ja hochfahren. Aufwärts bitte, aufwärts. Ich weiß, wir sind jetzt von der Zeit eigentlich schon drinnen. Aber weil ich mich hier ein bisschen verlaufe, spielen wir noch ein bisschen. Oh, 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 oh. Oh, ah. Den hatten wir schon, den kleinen. Ist nur ehrlich, wie lang? Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. Waffenpunkte halten. Ja, okay. Hilft uns jetzt nichts. Wir wollten ja sparen. Überall Systemfehler. Ich glaube, wir sind hier richtig. Noch einen Waffenpunkte halten. Nice. Oh. Was haben wir denn hier? Ich brauche einen Stick. noch einen Rüstungspunkt. Ja, und nun? Habe ich das Gefühl, wir müssen hier durch die Tür. Ah, das ist die andere Seite. Super. Jetzt habe ich das Gefühl, wir laufen nur im Kreis. Also, wir laufen wirklich nur im Kreis. Sag mal, das gibt es doch nicht. Okay. Wo muss ich denn hin? Ist mein Ziel hier auch drauf? Nur ich bin da drauf. Aber nicht mein Ziel. Okay. Wo ist mein Ziel? Äh, ich muss weiter nach oben angeblich. Okay, wie komme ich nach oben? Jetzt müssen wir uns echt mal ein bisschen konzentrieren hier. So, vielleicht kommen wir hier wieder nach oben. Stimmt da rüber. Ja. Okay. Super. Oh. Ah, ne. Das war schon vor... War das vorher? Ne, das ist doch dichter dran, oder? Ach, komm. Ehrlich? Wie wir das alles jetzt ersparen können? Ganz instinktiv. Aber wir haben wenigstens noch ein paar tolle Sachen dadurch gefunden. Das hätten wir sonst nicht. Und deswegen... Ja, gut. Deswegen bin ich froh. Okay. Keine Ahnung, was der von mir wollte. Ja. Ja. Hey. Das wäre ja doch einfacher gewesen als gedacht. Aber wie gesagt, wir haben noch die Punkte und sowas gut. Alles, was ich sonst übersehen hätte, das haben wir jetzt. Und was wir hinter dieser Tür finden, das erfahrt ihr jetzt aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.